Herr Dr. Ulrich Schröder ist der Jurist, der in Afrika im Süd. Er ist die Veranstaltung von Polizisten und der Auskunft in Deutschland. Herr Dr. Ulrich Schröder ist der Jurist, der in den Afrika Aussprache studiert. Er hat die Politik und die Intimereien, dank der Kompetenzen und der Ausführung, er hat sehr schnell in der Karriere avanziert. Im Jahr 2009 ist er Deputat im Parlament der Germanen, in der Post-Präsidenten, Membro in der Kommission der Erfahrt-Internen und in der Kommission für den Budget. Im Jahr 2009 ist er Sekretär des Stats-Parlamenten im Ministerium General-Internen. Wir haben heute ein Verwalt, das ist ein Verwalt, der sich in der Welt beschäftigt. Vielen Dank.